Ich begrüße ganz herzlich hier jetzt im Studio zu dem Thema meine Kollegin Rikke Richwien. Schön, dass Sie da sind und uns ein bisschen was dazu erzählen werden. Hallo Frau Fuchs, vielen Dank für die Einlage. Weil letztendlich dieser Punkt mit den Menschen, den sollten wir noch mal ein bisschen näher erläutern. Das wollen Sie auch tun. Was brauchen denn die Menschen in so einer Situation, wenn so ein Signal kommt? Also sagen wir mal jetzt auch die Sirene oder wenn eben die App irgendwie eine Warnung gibt. Was brauchen die Menschen in so einer Situation? Ja, das lässt sich pauschal ganz schlecht beantworten. So ähnlich wie die Frage danach, wer ist denn überhaupt die Bevölkerung? Wer sind denn die Menschen, die wir erreichen wollen? Aber natürlich gibt es schon Erkenntnisse dazu, was Menschen brauchen in Krisen- oder Katastrophenlagen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich immer die Information. Also wenn irgendwo was passiert ist oder vielleicht passieren wird, ist in der Warnung ja auch der Fall, dass es noch gar nicht eingetreten ist und dass wir im Vorhinein warnen, dass etwas passieren könnte. Dann ist es eben ganz wichtig, den Menschen immer möglichst viele Informationen mitzugeben, die so aufzubereiten, dass sie eben auch verständlich sind. Und ich glaube, das war auch heute Morgen schon Thema. In den Warnmeldungen selber geben wir ja zum Beispiel auch immer sehr viele Handlungsempfehlungen den Menschen mit auf den Weg. Und ja, das muss eben alles so gestaltet sein, dass es den Bedürfnissen der Personen entspricht und dass die Empfehlungen eben auch so umgesetzt werden können und verstanden werden können. Also Warnung endet ja nicht dann, wenn die Warnmeldung technisch den Empfänger erreicht hat, sondern eben erst dann, wenn sie auch verstanden wurde, wenn sie akzeptiert wurde und wenn dann die Empfehlungen eben auch dementsprechend umgesetzt werden, wie es dann in der konkreten Situation sinnvoll erscheint. Ja, wo Sie das Wort Technik erwähnen, fällt mir siedenteils ein, dass wir ja auch einen kleinen Film, einen kleinen Warnfilm haben, den ich eigentlich zeigen wollte, bevor sie mit mir sprechen. Ich würde das einfach jetzt nachholen und wir gucken uns den Film einfach gemeinsam an und sprechen dann nachher darüber. Sehr gerne. Gut, dann erst mal Film ab. Wir haben Ihnen jetzt die Kurzform des Warnfilms gezeigt, aber auch die Langform finden Sie natürlich auch bei uns auf dem BBK-YouTube-Kanal. Aber jetzt wollen wir einfach weitersprechen. In meinem Studio Frau Rieke-Richwien, meine Kollegin aus dem Referat Psychosoziales Krisenmanagement. Wie verhalten sich Menschen denn in so einer Situation, wenn so eine Gefahrenmeldung reinkommt, sie gewarnt werden? Gibt es da irgendwas, also auch ohne wieder pauschal zu werden, etwas zu sagen? Ja, genau. Auch das lässt sich wieder pauschal schlecht beantworten, wie so häufig in unserem Fachgebiet. Aber auch dazu gibt es natürlich Erkenntnisse, die wir versuchen mit in die Warnung umzusetzen, in die Krisenkommunikation. Und es ist so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt auf der einen Seite eben so die sogenannten Katastrophenmythen. Also im Grunde Stereotype Vorstellungen darüber, wie sich Menschen in Katastrophen und Krisenlagen verhalten. Da gibt es so drei Klassiker. Das sind im Grunde einmal die Annahme, dass Menschen sich sofort panisch verhalten, in Panik verfallen, wenn irgendwas passiert. Oder aber, dass sie eher sich apathisch verhalten, also dass sie in Starre verfallen und gar nicht mehr handlungsfähig sind. Oder der dritte Klassiker dieser Mythen ist, dass Menschen anfangen, sich eher unsozial zu verhalten, anfangen zu plündern oder auch kriminell zu werden. Das sind diese drei Mythen auf der einen Seite, die sich auch relativ beständig halten. Man erklärt sich das zum einen dadurch, dass sie auch medial, zum Beispiel in Katastrophenfilmen, immer wieder vorkommen. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Katastrophenforschung, die Katastrophensoziologie, die sich eben die Realität angeschaut hat. Und da Erkenntnisse eben herausgezogen hat. Und da zeichnet sich eben ein sehr anderes Bild. Und zwar, dass Menschen in Krisen- oder Katastrophenlagen in der Regel eben nicht panisch reagieren, sondern eher besonnen. Dass sie relativ schnell auch wieder in eine Handlungsfähigkeit reinkommen, das auch wollen. Das hängt auch natürlich damit zusammen, wieder eine gewisse Kontrolle über eine etwas unkontrollierbare, vielleicht chaotische Situation zurückzugewinnen. Und man hat auch die Erkenntnisse gewonnen, dass Menschen sich sehr kooperativ und solidarisch untereinander verhalten. Das hat man zum Beispiel ja auch in der Corona-Lage jetzt ganz schön gesehen. Es gab, jetzt mal auf Deutschland bezogen, aber ich denke auch weltweit, sehr viele Bestrebungen, sehr schnell sich gegenseitig zu unterstützen, Einkäufe zu machen für Menschen, die eben tatsächlich dann in Quarantäne mussten, sehr schnell und so weiter. Also wir haben auf der einen Seite eben diese Mythen und auf der anderen Seite die Realität, die eben relativ unspektakulär eigentlich glücklicherweise anders aussieht. Und zwar auch wissenschaftlich erforscht, sieht sie anders aus. Wobei ich ja, wenn ich noch eine Erwähnung machen kann, was eben immer auch gerade in den Medien gern gezeigt wird, ist eben das, was diese Mythen befeuert. Nämlich, dass tatsächlich irgendwo ein Stromausfall ist und dann wird geplündert etc. Natürlich ist das ein, sagen wir mal, spektakuläreres Bild, das man zeigen kann, als eben jetzt die Besonnenen, die zu Hause sind oder die Besonnenen, die eben auch in Nachbarschaftshilfe tätig werden. Das ist eben auch nicht so bildgewaltig. Aber es ist wissenschaftlich erforscht, dass es genau das Verhalten ist. Genau, einmal das. Es gibt natürlich auch die Beispiele für Plünderungen oder auch Kriminalitätssteigerungen. Da hat die Wissenschaft aber eben auch Erkenntnisse zu und es kommt in der Regel eben vor allem in Situationen vor, wenn wir ein eher politisch oder auch ökonomisch instabiles System haben. Also dazu liegen auch Erkenntnisse vor. Aber unterm Strich reagieren Menschen tatsächlich eben eher besonnen, nicht panisch, kooperativ und solidarisch. Und ja, es zeigt sich so ein bisschen, dass Kooperation eben doch wohl die bessere Strategie ist, zu überleben. Ja, das ist aber auch ein sehr positives Bild. Das ist doch schön. Und was können denn Behörden, die jetzt irgendwie warnen und informieren sollen, daraus ziehen? Also was sollten die da machen, um eben diese Bedarfe auch zu decken? Ja, einmal natürlich, wie anfangs schon gesagt, ist es ganz wichtig, Informationen anzubieten, weil das eben ein ganz großer Bedarf ist, der bei den Menschen besteht. Dann ist es auch wichtig, ja, eine Kontaktmöglichkeit anzubieten. Also es ist sowieso für Menschen in Krisenkatastrophenlagen immer wichtig, möglichst schnell wieder in Kontakt zu kommen, einerseits mit dem sozialen Umfeld, aber natürlich auch mit den Menschen, die diese Krise oder Katastrophe eben gerade bearbeiten. Deswegen ist es auch auf die Warnung bezogen wichtig, möglichst einen Rückkanal auch zur Verfügung zu stellen. Also eben Warnungen rauszusenden, dann aber auch zu schauen, wie reagieren Menschen denn da drauf? Gibt es vielleicht noch Informationslücken, noch weitere Informationsbedarfe? Gibt es noch Kanäle, die ich weiter mit Informationen bestücken kann? Und ja, so gesehen eben in einen Dialog zu kommen, weil Warnung ist natürlich einerseits Kommunikation für die Menschen, aber natürlich auch sehr viel Kommunikation mit den Menschen. Ja, und ich habe ja jetzt auch im Vorfeld des geplanten Warentages schon so viele auch Rückfragen bekommen, weil auch das Bundesamt hat ja, egal ob über soziale Medien oder über einen Bürgerservice, Rückkanäle, um Fragen zu stellen. Das macht mir aber auch immer wieder deutlich, ich meine, es leben, ich glaube mittlerweile zwischen 82 Millionen, 83 Millionen Menschen in Deutschland. Sie haben ja am Anfang auch gesagt, die Bevölkerung gibt es nicht. Wir sind jetzt auch eine Bundesbehörde, das heißt, ich habe gar nicht den Anspruch, alle zu erreichen. Aber es muss eben auch die behördliche Kommunikation so aufgebaut sein, dass man möglicherweise, ja wie so eine Pyramide, irgendwie die Informationen auch weitergibt. Gibt es da irgendwelche Best Practice, irgendetwas, was eben auch aus der wissenschaftlichen Sicht besonders empfehlenswert ist? Ja, wie schon gesagt, also Information, 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 die müssen eben so aufbereitet sein, dass die Leute sie auch verstehen können. Sie müssen glaubwürdig gestaltet sein. Bei Warnmeldungen zum Beispiel ganz wichtig, dass wir einen ganz klar, einen ganz eindeutigen Absender unter der Warnmeldung stehen haben, damit ich sehen kann, welche Institution das überhaupt rausgeschickt hat. Ja, und dann, auch wenn es eben klar für Behörden, wir wissen es alle, schwierig ist, so einen Rückkanal tatsächlich zur Verfügung zu stellen und den eben auch zu bespielen, weil man bewegt sich dann im Grunde in der Echtzeitkommunikation, im Dialog mit den Menschen, ist es einfach wichtig, solche Angebote zu tun. Ja, es ist auch, sagen wir mal so, bei den Bürgeranfragen, die zumindest auch uns hier erreicht haben, war eben auch, ja sagen wir mal, angstspürbar. Definitiv Angst, was passiert denn da? Das ist wahrscheinlich auch etwas, wo Sie jetzt sagen, ja, aber um die Angst zu nehmen, brauchen die Leute eben konkrete Informationen, was da passiert. Genau, völlig richtig. Also einmal, um Unsicherheiten zu nehmen oder auch um Unsicherheiten vorzubeugen, ist ja ein großes Thema in Krisen- und Katastrophenlagen, gerade in so einer großen pandemischen Lage, wie wir sie nun mal gerne haben, haben wir gesehen, dass ja auch zum Beispiel die Lina als Kommunikationskanal sehr effektiv genutzt werden konnte. Ja, und solche Apps zum Beispiel sind eine gute Möglichkeit, um einerseits Informationen eben rauszugeben, die dann aber auch stetig wieder anzupassen und über alle möglichen Rückkanäle, zum Beispiel soziale Medien, Bürgertelefone, was auch immer, da gibt es ja eine breite Palette an Angeboten, ja, die Rückmeldungen einzuholen und stetig im Informationsfluss eben wieder weiter zu verarbeiten, damit man möglichst diese Ängste und Unsicherheiten auch aus der Welt bekommt. Herzlichen Dank für diesen kurzen Einblick. Ich glaube, da gerade zu dem Thema kann man sehr vertiefend noch sich unterhalten, nämlich wirklich diese Mythen, die uns ja immer wieder begegnen. Also ich bin ja seit jetzt doch 16 Jahren hier im Amt. Mir sind die schon bei so vielen irgendwie Kongressen und Veranstaltungen begegnet. Die scheinen auch ein bisschen unausrottbar zu sein, aber da kann man dann tatsächlich immer nur mit wissenschaftlicher Expertise gegenhalten und sagen, nein, das ist anders. Es gibt nicht den panischen Bürger. Es gibt nicht den plündernden Bürger. Ganz herzlichen Dank, Frau Richweden, für diesen Einblick in dieses Thema. Hat mich sehr gefreut, dass sie da war.